gerade so am anfang des jahres wenn man noch vorsätze hat die frisch sind vielleicht habt ihr es ja sogar sie noch nicht gebrochen wenn ihr gute vorsätze hattet meistens ist es ja am zweiten tag schon soweit und man ist voller motivation und man ist sehr darauf erpicht wirklich jetzt diesmal doch zu schaffen sie diesmal durchzuhalten diese guten vorsätze wir haben ja schon darüber gesprochen dass einige menschen in sich diesen drang und die notwendigkeit verspüren sich gute vorsätze zu machen das muss jetzt auch gar nichts äußerliches sein einfach sich zu bessern ein besserer mensch zu werden sich zu entwickeln weil es dieser faustische drang der seele ist und dass diese menschen einfach nicht anders können die werden vielleicht auch manchmal belächelt und man hält seine ziele vielleicht klein man spricht nicht darüber man zeigt nicht die pläne die man macht und die die ziele die man sich aufschreibt und man man redet nicht vor anderen darüber weil andere das oft belächeln und sagen ach ich mache mir gar keine guten vorsätze ich bin so realistisch mir selber und meinen eigenen schwächen gegenüber warum soll ich besser werden und ich habe das irgendwann mal abgelegt und naja ich stehe dazu dass ich immer noch rauche oder immer noch zu wenig lese oder zu wenig sport mache und immer noch kein klavier spielen kann und man lächelt daneben so ein bisschen über den der noch so naiv ist noch gute vorsätze zu haben und immer wieder an sich zu arbeiten anstatt ihn zu bewundern und anstatt zu ihm aufzuschauen und zu sehen da ist jemand der diesen funken des göttlichen so haben wir das ja genannt vor zwei tagen der in ihm noch schwelt der ihn auch wirklich zum brennen bringen will zum lodern bringen will den funken des göttlichen im menschen der dieser faustische drang ist denn das unterscheidet den menschen vom tier das eben nicht nur seinen instinkten gehorcht und nicht nur dem kurzfristigen lustmoment nachgeht sondern einen drang nach wissen und erkenntnis hat der ihn nicht unbedingt glücklicher machen wird im gegenteil das war das thema vor zwei tagen und jetzt haben wir diese guten vorsätze vielleicht wenn ihr pech habt habt müsst ihr sie euch auch immer wieder setzen und und müsst immer wieder an euch arbeiten aber ihr scheidet doch immer wieder oder wir scheitern und wenn wir scheitern merken wir dieses ungenügen am leben und wir können mehrere erklärungs ansätze bringen die gesellschaft ist schuld meine eltern haben mich nicht willensstark zu willensstärke erzogen hätte ich doch das und das gelernt oder wären doch die umstände anders in der gesellschaft wären nicht so viele versuchungen da wären mehr vorbilder da dann würde ich das schaffen oder ihr sagt ich bin schuld es ist meine eigene schwäche ich als mensch bin einfach vielleicht genetisch hatte ich pech in der genlotterie oder eben durch durch eigene charakterliche mängel aufgrund dieser schlechten seelischen disposition muss ich immer wieder scheitern eigentlich andere schaffen es aber ich schaffe es nicht durch meine schuld durch meine schuld durch meine große schuld im grunde genommen so ein schuldkult im individuellen oder ich hatte ein traum in der kindheit oder eben meine eltern habe mich schlecht erzogen und so weiter und natürlich sind das alles ausreden und rechtfertigungen wo weiß war könnte man das mit sachtrennen damit mit nietzsche ressentiments die man dann entwickelt den anderen gegenüber die es geschafft haben aber wir sehen ja trotzdem wenn wir auf andere gucken jeder reagiert unterschiedlich auf das schicksal das ihm gebracht wird der eine ist hat da eine schlechte kindheit gehabt der andere auch aber der eine hat etwas daraus gemacht und ist da rausgekommen und der andere versteckt sich hinter depressionen oder anderen krankheiten und das ist also ganz individuell wie wir mit den und diesen shortcomings sozusagen umgehen und deswegen könnte man sagen versuch es doch noch mal und der richtige black gepillte mensch erkennt dann nein du wirst es nicht schaffen nicht weil die gesellschaft unzulänglich ist nicht weil du unzulänglich wärst sondern weil das leben so ist es ist ungenügend wenn man also merkt auch jetzt im jetzigen zustand der zivilisation ist alles dem untergang geweint und wir sind ohnmächtig ja das war unser thema gestern dann kann man natürlich pessimistisch und pessimismus ist heute unser thema und pessimismus weisen bewerten zum einen scheint er auch ein überlegen zu machen wenn jemand optimistisch ist dann ist der naiv und der pessimist der hat es schon durchschaut ja so wie man sagt optimismus ist eigentlich nur ein ein mangel an informationen jetzt muss ich ganz kurz gucken ob ich überhaupt auch wieder online bin pessimismus ist ein mangel an an information das bedeutet derjenige der optimistisch ist hat einfach nur noch nicht genug gesehen und er müsste einfach das und das und das sehen man müsste ihn quasi zwangs ernähren mit diesen informationen dann würde er auch freiwillig oder zwangsläufig zum pessimisten werden also eine haltung der überlegenheit auch weil der pessimist seine augen nicht verschließt vor dem leid und vor dem elend der welt vor dem notwendigen leid des menschen weil er es nicht zuschüttet mit konsum und mit kurzfristigen lust empfindungen das macht ihn auch überlegen und zum gleichen lässt es ihn auch cool erscheinen er wird sich nicht mehr so stark engagieren in irgendwelchen debatten und er wird einfach sehen ja so habe ich früher auch gedacht ich war früher auch mal dann kann man irgendwas dafür einsetzen vielleicht eine politische richtung oder so auf jeden fall politische richtung steht dann hierfür eine gewisse hoffnung ja ich möchte politisch noch etwas bewirken ich bin im widerstand oder ich bin sozialist oder was auch immer und der pessimist wird dann sagen ja ja also habe ich mir auch mal gedacht dass das was bringt nun habe ich durchschaut dass wir eben alle getäuscht werden und dass es nichts bringen wird auf der anderen seite kann man den pessimismus natürlich auch als negativ ansehen der pessimist ist derjenige der resigniert er hat eigentlich das ressentiment oder das ist das der mauvaise foi von dem sartre spricht pessimistisch zu sein und einfach seine eigene schwäche hinter dieser maske an überlegenheit zu verstecken aber wir wollen heute überlegen pessimismus der stärke ist ja das thema ob es nicht auch eine art gibt die welt zu betrachten die zwischen dieser sküller des zwangsoptimismus ich muss ja irgendwas tun und ich erübt es des resignativen schwäche pessimismus die dazwischen einen einen weg findet albert camus die philosophie des absurden der hat schon bemerkt nein pessimismus ist keine philosophie die pessimistische philosophie ist keine philosophie der entmutigung das ist ein kinder glaube das zu denken sondern ist die eigentlich wirkliche philosophie und bei schopenhauer da müssen wir auch direkt denken daran denken wenn wir pessimismus führen schopenhauer als der philosoph des pessimismus der gesagt hat unser 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 leben ist so wenig an die welt angepasst dass es nur im leiden kann und dass es daraus keinen keinen sinn gibt weil eben das leben und wir unsere eigene existenz nicht zusammenpassen wir passen auch nicht zu anderen menschen übrigens schopenhauer hat das mal schön in dieser fabel von den stachelschweinen exemplifiziert die stachelschweine wollen sich immer aneinander wärmen weil ihnen kalt ist aber da sie stacheln haben stoßen sich auch immer wieder von ihnen voneinander ab also wollen sie immer wieder distanz haben und so ist der menschen so sind seine beziehungen das ganze problem oder eines der größten probleme menschlichen leben ist ja dass der zeit also die zeit versorgt uns mit einem bewusstsein wenn wir deutlich durch leben gehen und offen und bewusst durch leben gehen mit einem bewusstsein vergänglichkeit der welt und wir stehen riesigen bei riesigen gebirgen von vergangenheit und zukunft und wir werden quasi zermahlen in diesem winzigen moment der gegenwart der der einzige ist den wir haben mit dem wir irgend was anfangen können wo wir unsere entscheidung auch tatsächlich in die welt setzen können an der vergangenheit können wir nichts mehr ändern an der zukunft noch nicht und unser verhältnis zur vergangenheit vor allem ist das wie zu einem fels der nicht bewegt werden kann und der nicht mehr verändert werden kann egal wie wir wie wir uns bemühen das so hat Nietzsche das auch beschrieben die vergangenheit ist vergangen und das was wir getan haben unsere fehler unsere unsere sünden die werden nicht mehr verändert werden können es ist es ist weg wenn man sich das mal so vergegenwärtigt ist eben alle sind alle unsere reue gefühle unser bedauern unsere enttäuschungen unsere schuldgefühle in stein gemeißelt wir können das nicht ändern und selbst wenn wir uns an schöne leben erinnern in die in der vergangenheit waren dann sind die ja auch weg und dann haben wir höchstens noch nostalgie und 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 trauer dass es dass es nicht mehr da ist ja so wie man zum beispiel sagt in den 80er jahren da war alles noch viel besser oder in den 50ern da konnte er mit einem gehalt seine ganze familie ernähren ja aber die vergangenheit ist vergangen und die zeit ist vorbei und dann haben wir höchstens ein gefühl der trauer und der nostalgie also die einsamste trauer des willens nennt zarathustra das bei bei Nietzsche das das macht den willen des menschen einsam und traurig und auf der anderen seite wenn wir sagen okay wir die die vergangenheit können wir nicht mehr ändern passe was vorbei ist ist vorbei was fort ist ist fort wie der kölner sagt aber die zukunft die können wir doch gestalten und dann können wir unsere ganze energie und hoffnung auf die zukunft ausrichten würde doch anlass zu optimismus geben und alle politische agitation ist ja auf diese zukunft ausgerichtet aber es gibt zwei probleme bei der ausrichtung auf die zukunft erstens verdirbt man sich den gegenwärtigen moment ja so wie blaise pascal gesagt hat wenn wir hoffen auf die zukunft wenn wir etwas erwarten wenn wir wenn wir das leben noch erwarten dann leben wir nicht nicht denn wir erwarten erst zu leben und wir bereiten uns immer darauf vor wir sind immer in einem zustand der präparation für das glücklich sein für das wahre leben dann ist es natürlich unvermeidlich dass wir es nie bekommen weil es immer weiter von uns weg rückt wie die karotte vor dem esel das zweite problem ist dass die zukunft einfach ungewiss ist ja und dass sie chaotisch ist dass das was vor uns liegt einfach so schlecht geplant werden kann natürlich können wir den gegenwärtigen moment formen aber ob dann die zukunft so sein wird wie wir uns das erhoffen ist eine ganz ganz andere frage und all unsere pläne und wünsche und guten vorsätze und hoffnungen für das neue jahr die kann können sehr sehr schnell zerstört werden im nächsten augenblick noch und dieses bewusstsein für zeit die unverrückbarkeit der vergangenheit und die ungreifbarkeit der zukunft macht macht uns verrückt und macht uns pessimistisch und ist genau dieses absurde oder das paradox an unserer existenz was dann kulminiert im gedanken an den tod und durch denn was bringt es dann alles noch wir werden dann auch sowieso sterben also die das bewusstsein für die zeit und das wissen um unseren bevorstehenden tod ist sozusagen der sargnagel für uns im miss muss aber wir können das wissen natürlich unterdrücken und das machen natürlich auch die meisten und mache ich auch und machen wir alle glaube ich in den meisten momenten unseres lebens dass wir es unterdrücken und leugnen auf unzählige weisen wir können in den konsum fliehen oder wir können reisen auch eine form von konsum sein kann wir können in drogen fliehen oder ein sex und alle möglichen kurzfristigen lust empfindungen verfolgen um dieses wissen um die endlichkeit und die sinnlosigkeit unserer existenz überdecken aber trotzdem manchmal dem philosophischen gemüt bleibt es nicht aus dass ein moment kommt an dem es wie ja wie so eine ep ist leere also mit zwei e oder drei insgesamt bei gottfried ben gibt es ja das dieses gedicht über das reisen meinen sie zürich zum beispiel sei eine schönere stadt oder bessere stadt und er sagt dann ja man wie sie reisen sie reisen immer und sie hoffen immer in anderen städten und auf havanna zum beispiel in havanna dann das wirkliche leben zu finden aber trotzdem fällt sie irgendwann die lehre an also dich dass das das philosophische wirkt dich fällt die lehre an emil sie ronde der große pessimistische denker des zwanzigsten jahrhunderts hat auch am anfang gedacht ja vielleicht ist es eine möglichkeit sich ganz ins hier und jetzt zu zurückzuziehen zu fliehen ja zu fliehen vor dem bewusstsein der einigkeit und der sinnlosigkeit ist das des lebens aber das ganze so zu umarmen und zwar im hier und jetzt also leiden und dann den das den becher des lebens austrinken in dem moment wo wir ihn haben das hier und jetzt ganz genießen und einfach versuchen nichts anders an den tod und an das leiden zu denken aber natürlich ist das auch eine flucht das hat sie ja auch natürlich eine flucht vor dieser erkenntnis und vor der last des zeitbewusstseins das zeitbewusstsein des menschen ist ja eigentlich das was ihn unglücklich macht also das tier hat dieses zeitbewusstsein nicht beziehungsweise sobald das tier dieses hat wird es unglücklich der mensch ist das unglückliche tier es gibt aber vielleicht sogar auch affen oder vielleicht auch hunde oder delphine die dieses zeitbewusstsein für einen ganz kleinen moment bekommen und dann unglücklich werden und schobauer zu flucht in den moment gesagt den man ja vielleicht man könnte den ja so eine art buddhistisch nennen ja wie ich gehe jetzt auf im hier und jetzt oder bei eckertolle oder das ist dann das nirvana also das ist glaube ich ein sehr falsch verstandener art von nirvana schobauer hat das schon kritisiert keine mögliche flucht sein das leben ist trotzdem leiden es ist eine torheit es ist sogar die größte torheit denn das was jetzt was jetzt ist das moment aufzuexistieren es verschwindet wie wenn du im hier und jetzt lebst ist dein leben nur wie ein leben in einem traum und das kann keine ernsthafte mühe wert sein warum sollst du dich überhaupt anstrengen wenn das was du jetzt hast im nächsten moment ja schon wieder weg ist kommen wir zu nietzsche wir haben jetzt schopenhauer nietzsche war natürlich von schopenhauer beeinflusst aber nietzsche hat sich auch von schopenhauer immer stark abgesetzt weil er in schopenhauers pessimismus eine haltung der schwäche gesehen hat natürlich sieht der mensch so tief wie er ins leben sieht auch ins leiden hat nietzsche gesagt die ins leben tief hinein zu blicken bedeutet in den abgrund hinein zu blicken und ins leiden hinein zu blicken und auch nietzsche hat ja schon den nihilismus wie keins weiter wie man sagt konstatiert im 19 jahrhundert den werteverfall des den niedergang der der kultur und aus der einsicht heraus dass nach dem tode gottes wahrheit und moral keine keinen halt mehr haben können und dass eine kultur die diesen halt verliert eine ewig schwankende sein wird und der nihilismus ist im grunde genommen die konsequenz daraus also die entwertung der obersten werte einer kultur das ist eine notwendigkeit und wir betrachten einfach diesen niedergang wir betrachten ihn seit dem 19 jahrhundert von mir aus andere sagen im grunde genommen seit der reformation noch andere sagen im grunde genommen seit dem paulinischen christentum das alles waren schon verfalls erscheinungen gegenüber der ursprünglichen blüte der kultur aber nietzsche konnte nicht akzeptieren dass als nietzsche muss pessimist sein angesichts dieses muss aber er wollte den denn diese schwäche die schopenhauer die er schopenhauer zusprach nicht akzeptieren also das leben der resignation nur noch auf das nirvana oder den eigenen tod zu warten ist ein pessimismus der schwäche diesen diesen pessimismus konnte nietzsche nicht anerkennen natürlich bin ich pessimist aber ich darf nicht in depression und verzweiflung versinken weil ich dann selber ein schwacher mensch bin nietzsche fragt ist pessimismus notwendig ein zeichen von verfall von degeneration von schwäche von schwachen instinkten eines schwachen menschen eines sklaven menschen oder gibt es einen pessimismus der stärke gibt es einen pessimismus des herren menschen sozusagen oder das ja das des herren menschen und das will nietzsche richtig stellen wir dürfen nicht an diesem pessimismus der schwäche festhalten weil wir dann selber schwache und machtlose individuen werden die sich vor der vorausforderung des lebens einfach flüchten und die selber ihre schwäche verstecken in diesem pessimismus wie ich das am anfang gesagt habe ach ich bin so überlegen weil ich durchschaut habe dass es nichts mehr wert ist überhaupt irgendetwas zu tun am besten wäre es gar nicht geboren zu werden deswegen lache ich über alle die noch irgendetwas tun und das ist zu einfach gedacht dass sie sie stellen das leben als sinnlos da weil sie selber zu schwach sind angesichts der belastungen und des leidens und und der tragödie lebens zu handeln und nietzsche war natürlich auch der meinung dass der optimismus eine ein zeichen von schwäche ist wer optimist ist der weigert sich nur in diese dunklen abgründe der existenz hinein zu blicken weil er zu schwach und zu ängstlich ist und das auch anzuerkennen dass das das leben sinnlos ist und das ist eine art feigheit so nennt nietzsche das also der pessimismus der stärke aber ist einer der daran festhält dass das leben sinnlos schwer zu ertragen ist tragisch ist dass es aus kampf und leid besteht und dass das notwendig die kondition ist und dass das auch nicht beseitigt werden kann durch nichts was wir tun und vor diesem schrecklichsten gedanken nicht zu fliehen und auch nicht den kopf in den sand zu stecken das ist der pessimismus der stärke diese diese stärke zeigt sich darin genau das zu wollen genau dass die tragik des lebens zu umarmen den schmerz zu umarmen wie der wie der schwimmer sagt eine freude daran zu finden dass das leben eben eine tragisch enden wird und das auch all deine guten vorsätze scheitern werden du wirst sie wieder machen müssen du wirst ja gute vorsätze nach setzen müssen und du wirst wieder scheitern müssen und du wirst dieses wissen jetzt in dich aufnehmen müssen dass du scheitern wirst aber du wirst nicht resignieren und dann sagen wie ich anfangs diese menschen da erwähnt habe die auf die menschen mit den guten vorsätzen herabblicken und sagen ich habe erkannt dass ich schwach bin warum sich überhaupt bessern oder warum überhaupt sich entwickeln und sich etwas vornehmen nein du nimmst dir trotzdem etwas vor und du weißt dass du scheitern wirst und du weißt auch dass selbst wenn du einen kleinen schritt gehen kannst und vielleicht einmal ein buch schreibst oder noch mehr abonnenten auf deinem kanal hast oder ein klavier spielen kannst oder mehr muskel aufbaust oder was auch immer dass das ganze natürlich sinnlos ist angesichts der vergänglichkeit des lebens das weißt du aber du freust dich darüber du freust dich über diese tragik des lebens du umarmst sie und du fängst an sie zu lieben amor fati habe ich gestern schon erwähnte liebe zum schicksal und das ganze kulminiert bei nietzsche dann natürlich in der idee der ewigen wiederkehr des gleichen wenn du dir vorstellen kannst eine art gedankenexperiment wenn du dir vorstellen kannst dass das alles so wie es jetzt ist immer und immer wieder gekommen ist und immer und immer wieder kehren wird und zwar immer gleich immer gleich es wird kein wort geben und das lieben kannst diese vorstellung das soll dein deine lebenseinstellung sein und das ist der weg zum übermenschen dann und das bedeutet auch der untergang der kultur den wir jetzt mit ansehen dürfen den dürfen wir sogar vielleicht nicht beklatschen aber wir dürfen ihn sogar bejahen wie nietzsche sagt in allem nur noch ein ja sagen da sein denn wir wissen er war schon einmal da und wir wissen er wird noch einmal kommen und die kultur wird auch wieder aufblühen und sie wird auch wieder eingehen und das gleiche mit unserem persönlichen leben und das gleiche eben mit der ganzen welt